Weil ich will meine Pillen jetzt nicht unbedingt verschwenden. Ich muss bloß die Tür wieder aufmachen, weil ich natürlich über den Balkon runterkomme. Och nein, jetzt ist das Kackfeuer ausgegangen. Äh, Sekunde, ne? Du hast ja noch ein bisschen Zeit. Ich hab Zeit, ja. Weil das Feuer ist leider gerade ausgegangen. So, hier sperre ich die Tür schon mal auf, dass wir dann rein können. Wie steht's bei dir? Äh, jetzt über den Augen. Aber hab noch... Ja, okay. Ich bin gleich da. Ich esse gerade. Für dich ist auch noch ein leckerer Fisch auf dem Feuer. Wobei, nee, der verbrennt sowieso. Komm. Das freut mich. Also du müsstest aber jetzt trotzdem langsam kommen, ne? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Warte, die Tür hab ich aufgemacht. Okay. Dann kann ich jetzt von hier. Okay. Er kommt nicht rein. Und du lebst. Also du müsstest jetzt kommen. Dankeschön. Wir können gerade nicht raus. Das war ganz knapp. Okay, aber wir können gerade trotzdem nicht raus, ne? Oben die Tür ist offen. Wir müssten uns echt hart beeilen. Also, drei, zwei, eins, oder? Ausdauer hast du, Leben hast du auch ein bisschen. Willst du vielleicht erst was essen? Kleines bisschen, aber nee. Ich will es nicht verschwenden, ehrlich gesagt. Okay, ich glaub, die sind... Lol, die sind abgehauen. Geil. Oh, ich hab vergessen, die Tür aufzumachen. Du hast die selbe Idee, wie ich. Mit dem Holz, gleich Holz. Ja, klar. Muss ja. So. Noch eins. Wir sollten ohne Scheiß, äh, alles was wir jetzt an Fleisch haben, auf das Trockengestell legen. Ja, möcht' ich ja. Ich guck' erstmal nach den Hasis. Digga, lass doch hier die Tür offen. Bist du irre? Wir kommen da wieder nicht raus. So, ich häng' schon mal auf. Soll ich da schon mal zwei Beckerstelle bauen, oder? Das könntest du in der Tat tun. Warte mal, mehr hab' ich nicht. Okay, ich hab' einen Fisch und... Mach doch weg. ...ein Fleisch aufgehangen. Ähm. Oh, süßen Schneehasi. Ach, rohes, kleines Fleisch kann ich nicht aufhängen. Nee, das geht nicht. Das geht halt bloß mit Wild. So, dann nehmen wir beide einen Wagen mit, machen die voll. Und machen unsere Bude fertig, würd' ich sagen. Ja, ich mach' mir... Ich leg' mir nur die drei Rohr... ...äh, Rohrfleisch schnell auf'm... ...auf'm Feuer. Dass ich Leben krieg'. Also, den Benzer hab' ich schon mal mitgenommen, ja? Kommst du dann noch mit dem 7er BMW? Der steht unten in der Einfahrt. Voll... Okay, warte, da laufen welche. Aber die laufen nur halt schön weg. So, ich lauf' hier erstmal schön gegen den Raumstumpf. Ähm... Die Patrouille ist... ...weg. Äh, okay. Da ist einer. Aber... ...den mach' ich jetzt kaputt. Den Penner. Ich stech' den einfach ab. Hier. Piss-Börder. So, also ich will jetzt aufkommen. Da läuft noch einer. Da läuft diese Patrouille. Aber die laufen weg. Die haben ich, glaub' ich, auch nicht gesehen. Diese blauen sind halt echt ätzend. So. Axt. Und dann müssen wir erstmal ein bisschen fällen. So, immer schön außenrum und schauen, ob irgendwo einer ist. Ich hab' das Gefühl, dass die langsam so ein bisschen anfangen zu reden. Da kommt dann wirklich so... Also ob sie irgendwas flüstern würden, die Penner. Vielleicht werd' ich aber auch einfach bloß schizophren. Kann auch sein. Okay. Oh, ich freu' mich so. Unsere Bude ist gleich fertig. Bis aufs Dach natürlich. So, jetzt wird's aber dunkel. Ja, komm. Durchziehen. Da müssen wir jetzt... Ich will mir, dass die Bude fertig wird. Na, da haben wir auch ein bisschen Holz auf Vorrat. Weil wir bräuchten ja bloß noch sechs Stück. Nehmen aber zwei komplette Wegen mit. Ja. So, ich komm' jetzt zu dir. Jetzt heißt's zu dir zusammenbleiben, ne? Jaja, ich bin zusammen mit mir. Ich bin halt schon mal vor. Ein bisschen aufgeräumt. Schönen guten Tag. Ja, kräs Gott. So, einmal Licht. Ich hab' noch nicht wirklich viel gefällt, ne? Ich bin auch gerade erst gekommen. Okay, da ist einer. Ja, einer ist da unten, zwei sind da unten, zwei, drei sind bei mir. Ich hab' meinen Sperr. Angreifen oder weg? Weg. Ich hab' nicht mehr viel. Ja, dann lass' die Wegen da stehen. Die werden immer noch verfolgt. Unten rein, oder? Unten rein. Oder oben. Äh. Man sieht, unten könnten wir schlafen, ne? Geh' unten. Ja. Ach, Scheiße. Oh Gott. Ja, jetzt sind wir hier drü- Geh' ganz weit von der Tür weg, schnell. Ach, du bist so doof. Ja, ich hab's gemerkt. So, ich muss mich nur so positionieren. Ich kann durch die Tür schlagen, krass. Ja. Jetzt ganz schnell einfach einen Schritt zurück. Ja, ich kann. Ja, bück dich. Okay, das Stilchen können wir ja so machen, das ist mir egal. So, schnell. Alter. Alter, ich kann mich nicht, ich kann mich nicht daneben. Das geht einfach nicht. Das Problem ist, du bugst aber auch immer weiter raus und dann können die mich halt auch treffen. Ich kann, hör doch auf, ich bin zufrieden. Ich kann nichts machen. Aber du bist jetzt auf jeden Fall ein ganzes Stück weiter drin. Das ist gut. Oha, oha. Jetzt hat mich einer getroffen. Von da hinten. Aber ich treff sie. Warte kurz, ich bringe kurz jemanden um. Ja, ja, ich hab Zeit. Ich kann dich ja immer so zwischenbeleben. Ja. So, die eine Tosi ist schon mal weg. Diese Hütte ist zu klein für uns beide. Einer muss gehen. So, ich geh hier direkt ans Feuer jetzt. Stell dich nicht unbedingt an die Ecke. Die schlagen durch die Wand. Und am Fenster schlagen sie auch manchmal. Da hab ich grad die Tosi umgelegt. Ja, aber ich nehm jetzt mal ein Sperr einfach. Meinst du, ich kann durch die Tür sperren? Also, so die Tür absperren? Du verstehst? Loll, es geht. Sperr durch die Wand. Sperr durch die Wand. Tatsächlich. Wie geil. Ich hab grad sogar diese Blutpartikel gesehen. Das ist ja sowas von lustig. Das Problem ist, ich seh die nicht so richtig. Und das dauert vor allem noch ewig, bis wir schlafen können. Ja, aber bis dahin können wir bis schon... Wir brauchen unbedingt ein Bett. Das ist... Wir brauchen unbedingt ein Bett. Das Problem ist, wir brauchen unbedingt zwei. Mit dem Bett, das dauert ja wieder. Na, ich hätt jetzt drei Hasenfälle. Ja, ich hätt keins. Aber haben wir nicht inzwischen schon zwei Hasen oben? Ja, zwei. Das ist ja ziemlich gut. Wie? Oh, das war knapp, weil ich wär auch grad fast drauf gegangen. Aber ich glaub, wir haben wieder einen geschafft. Ich werd keine Medizin nehmen. Das ist ja Wahnsinn. Wie denn? Geh mal weg, die treffen mich die ganze Zeit. Ich steh hier nur rum. Wo soll ich hin? Ich versuch die ja schon totzuschlagen hier durch die Tür. Bewegt dich nicht, mach nix. Ich will hier aber umbringen. Das ist mir alles zu riskant. Speichern wir ab. Ach, wieso? Dann bringt doch eh nix. Ich weiß es nicht. Speichern einfach. Das ist mir egal. Oha, ich glaub, ich hab ihn. Digga, ich glaub, ich hab ihn. Lol. Das ist ja so gut. Das ist so gut durch die Wand. Wir machen das einfach, bis wir schlafen können. Und dann schlafen wir hier einfach aus, dann ist alles wieder gut. Morgen ist alles vorbei. Ja. Als wär's bloß nicht schlechter drauf. Aber wie können die durch die Hintertür? Wie können die durch die Hintertür? Das gibt's ja gar nicht. Cool, ich kann von hier aus sogar trinken. Ähm, die schlagen an dem Podest durchs Fenster durch. Was? Was ist los? Ich mach das Spiel gleich aus. Ja, sofort. Ja, du stehst halt irgendwie immer in seiner Hand. Vielleicht mögen sie dich einfach. Ich mein, du siehst schon ein bisschen sexy aus. So ist das nicht. Ey, ich stand hier einfach da. Okay, jetzt brauch ich gleich. Jetzt bin ich down. Helfen wir mal schnell. Ja. Scheiße hier. Das ist sehr interessant für die Zuschauer jetzt. Ja schon, aber wir können halt gerade nicht schlafen. Und das, so ist es halt. Echt, ey. Hast du eigentlich die Haustür abgesperrt? Weiß ich nicht. Weißt du nicht, dass jemand einbricht? Während wir hier in unserem Ferienhaus sind. Es ist ziemlich ruhig. Okay, ich nehm's zurück. Nee, aber ich hör grad was. Oh. Mach dich kranken aus. Wollen wir nicht, ja komm, wollen wir nicht einmal Medizin nehmen und einfach hochrennen? Ja. Ja, oben kann man nicht schlafen. Ah, stimmt auch wieder. Ich nehm jetzt trotzdem die Medizin. Ich nicht. Habe ich nen Schokoriegel? Oh, ich hab keinen Schokoriegel. Schade. Toll, jetzt rennt er wieder weg. Ich glaub, das ist der letzte. Wollen wir nicht trosten? Ja, wir rennen hoch, nehm ich. Was? Ich baue ein Bett. Wir rennen hoch, ich baue ein Bett. Aber wir haben nicht genug Material, wir können das Bett nicht fertig bauen. Doch. Doch. Ich krieg da schon hin, irgendwie. Ich, ich schwör bei Gott, ich hab nichts dafür, ne. Ich, ich opfer jetzt meine Medizin. Wir müssen aber warten, bis die jetzt hoch halt. Du hast safe nicht genug für ein Bett dabei. Du brauchst ja, glaube ich, schon 30 Stöckchen oder so. Alter, halt doch die Schnauze mal. Weißt du, wir versuchen uns hier gerade zu unterhalten. Ich glaub, ich hab ihn umgebracht. Ich glaub, ich hab ihn wirklich umgebracht. Nein, da war grad wieder was, oder? Nein, die Leiche liegt hier. Alter, wie schaut's denn hier aus? Eins. Respekt. Kein Wunder, Alter, das waren sogar die blauen. Hier hinten die Tussi. Krass. Heftiger Scheiß, ohne Mist jetzt. Komm. Komm hoch. Bau dein Bett, ich will sehen, wie du jetzt schnell ein Bett baust. Wo ist denn unser Schlafzimmer? Oben. Schlafen wir zusammen, gemeinsam, in einem Bett? Ja, klar. Also, nee, ich will schon zwei Betten haben. Aber in einem Raum. Nebeneinander. Da können wir kuscheln. Ja. Ich dachte, hier eins hier und eins hier. Ja, ist es auch noch nicht. Ist auch egal. Okay, bau du. Bau du mal, wie du es haben willst. Bin grad nicht durch. Ähm, wo haben wir das denn? Das war bei Möbel, ne? Muss erst mal nach Haas hier schauen. Keine Bank. Kleines Bett? Wo ist denn das große Bett? Wenn es ein kleines Bett gibt, muss es auch ein großes geben. Alter, die haben uns verarscht. Es gibt einfach nur ein kleines Bett. Ja, wir brauchen 24 Stöcke. Achso, nee. Warte, das war die Couch. Entschuldigung. Entschuldigung. Äh, wir brauchen 34 Stöcke. Zwei Seile und vier, acht Hasenfälle. Ja, aber irgendwie vermerzen sich die Ausschläge nicht. Das dauert halt. Die können auch nicht ununterbrochen rammeln. Oh, ich erfriere gerade. Zeig dir einmal, rammeln es vielen Kaninchen hier. Noch nie? Ich hoffe, wenn das Dach drauf ist, dass wir da nichts mehr frieren in der Wohnung. Du sagst, das wäre ja nicht ein Bug. Ich würde sagen... Bei diesem Stock da oben ist es blöd, wenn die so an der Wand stehen. Warte, ich baue noch eins. Dann können wir da noch einen Beistelltisch dazwischen machen oder so. Ja, ich habe zumindest ein Seil reingemacht. Oh, ich habe noch was zu essen. Gut. Warum stellen wir das Sechste nur noch? Das ist nur noch die oberste Hand, ne? Bevor wir dann die Decke ziehen können. Äh, vom Prinzip sind es sogar bloß noch fünf. Der Sechste ist dieser eine Einzelne. Achso, der Sechste ist ja der hohe, ne? Ja, und dann können... Ja, ich würde, glaube ich, nicht mal eine Decke ziehen, sondern direkt das Dach, oder? Oder das Dach halt gleich drauf drauf brauchen. Ja, auf jeden Fall, dass ich... Oder wollen wir den Dachboden noch nutzen, dass wir eine Decke draufziehen, die gehen ja relativ zügig und dann eben direkt auf die Decke das Dach, dass wir so eine Art kleinen Spitzboden haben. Wollen wir auch machen, ja. Ja, das wäre, glaube ich, ganz cool. Auf jeden Fall will ich jetzt, auf jeden Fall will ich jetzt, dass wir langsam mal was geht, ey. Hey, wir haben schon viel getötet. Wir haben schon die ganzen 30 Folgen oder 40 Folgen an dein Haus verbringen hier. Natürlich, das gehört dazu. Ja, schon, aber ich will ja irgendwann auch mal was gescheites machen. Ich will ja irgendwann nochmal Fortschritt sehen und nicht nur... Wir haben Fortschritt, Alter. Wir haben die zweite Etage fast fertig. Drei Stämme an das Haus anbringen und dann eine halbe Folge vor den Viechern mit rennen. Wir rennen nicht weg. Wir haben uns hier gnadenlos in den Kampf gestürzt. Du findest mich nicht. Was, ich finde dich nicht? Ich kann deinen Namen lesen. Nein. Nein, kann ich echt nicht. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Das ist kein Chat jetzt. Kannst du wirklich nicht meinen Namen lesen? Nein. Voll geil, wenn man sneakt, sieht man ihn blödlich. Bist du im Haus? Vielleicht. LOL, du hast dich eingesperrt. Schwemme auf. Ach, du bist geduckt wahrscheinlich, oder? Ich kann deinen Namen echt nicht lesen. Das ist ja cool. Geh mal hoch. Geh mal hoch. Jetzt kann ich nicht mehr lesen, tatsächlich. Geil. Pass auf. Pass auf, guck her. Ja, cool. Ja, das wollte ich mich mal ausprobieren. Ja, ich schau mal. Aua. Also, ich hab's so schon empfiehlt. Was ist denn hier? Hör doch mal auf. Wir können uns... Oha. Hä? Wieso können wir uns Schaden machen? Ich hab doch... Weiß ich nicht. Deswegen sollst du ja aufhören. Warte, ich suche jetzt nochmal nach PvP. Äh. PvP-Spieler-Schaden. Ist aus. Ach, guck, es wird schon wieder hell draußen. Hä? Wir haben auch für die Nacht durchgemacht. Wie früher, wo ich noch 13 war. Der Disco. Damals, das war doch geile Zeiten. Ähm, Entschuldigung. Sie dürfen, glaube ich, noch nicht rein. Fick dich, du Pisser. Ich bin schon 19. Ja, genau. Aber so lief das damals ab. Da hast du dir von Kumpels noch den Ausweis geliehen. Ja, Mann. Oder Mami-Zettel gefälscht. Das war noch Zeit. Das war viel gemacht. Ja, klar. Ähm, kommst du? Worauf wartest du eigentlich? Oh, 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 oh. Wo? Ich muss mich jetzt mal hinsetzen. Okay, hier kommt gerade einer auf mich zu. Dann muss ich mal was trinken. Oh, da kommt so ein Armling auf mich zu. So ein Typ, der ganz viele Arme auf dem Rücken hat. Äh, dann muss ich jetzt mal was essen, schnell. Klettert der gerade den Baum hoch? Nee. Digga, da will man einmal schnell Holz holen. Oh, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Ich fühle ihn langsam zu uns, ja? Ja, ich habe jetzt was gegessen. Also, ich bin topfit. Ja, dann kommen wir zum Holz. Sind bloß zwei. Die könnten wir schaffen. Okay, wollen wir? Ja, ich nehme Arme. Arme the Kid. Oder auch nicht. Ja, alle rennen weg. Die rennen alle weg. Ha, niedergestreckt. Seid ihr bereit? Schade, Arme ist weg. Okay, Arme. So, haben wir hier nur... Also, weitermachen, das was geht. Ich fäll' Holz. Ja, da mach ich, äh, da mach ich Wagen voll und geb Deckung. Ja, nix zu sehen. Okay, ich mach hier unten das noch nieder und dann müsste es eigentlich reichen. Ja, ich würde halt so, dass wir beide Wegen wirklich voll haben. Ja. Ja, wir brauchen's ja sowieso. Ja, eben. Oh, letztens hatte ich noch irgendein Spiel, wo ich gesagt hab, das würde ich voll gern mit dir aufnehmen. Aber ich weiß es grad nicht mehr. Arc. Arc sowieso ja, aber das ist für mich mehr so ein Stream-Ding fast. Nee, das war auch so, so ein Multiplayer. Aber ich weiß es nicht mehr scheiße. Eure Truck Simulator 2. Du wirst lachen, ich würde ihn spielen. Okay, irgendwo, 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 warte, warte, hier ist... Ja, hier bei mir, hier bei mir, hier bei mir, bei mir. Ähm, ja, ich würde aber tatsächlich auch saugern mal den Landwirtschafts-Imulator spielen. Hä, was ist denn das für einer, der ist voll braun angemalt? Das ist voll der Buckle. Ja. Ja, das ist... Oha! Appa, Mia! Wo, 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 wo!